Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu Oh Dear mit allen aus dem Team Pizmeat. Sagen die bei Worms auch immer. Oh dear. Oh dear. Oh, ich bin der Hunter. Ich bin der Hunter. Ich bin der Hunter, Leute. Das Spiel funktioniert so. Oh nein, nicht der Peter. Ich bin jetzt ein Jäger und ich muss die Hirsche jagen und die anderen Jungs sind die Hirsche. Alter, ich hirschte ich gleich. Es gibt aber auch nicht Hirsche, die von den Jungs gesteuert sind, sondern NPC-Hirsche und ich muss herausfinden, wer die Richtigen sind. Beziehungsweise die Jungs, um die abzuschießen. Um mich zu stressen, habe ich so eine geile Hunter's Sanity-Mechanik, die oben bei mir gerade runterläuft. Jaja, du bist insane in the membrane. Oh, Peter läuft da am Spawn rum. Mit rechten Mausten müsste man ihn ja sehen, oder? Wenn du den rechten Maust hast, hast du drückt und dann hast du so einen... Hab ich gehört. Oh ja, er rennt da rum. Das hab ich auch gehört. Hast du so ein Radar? Oder? Ah, das hab ich auch gehört. Das hab ich auch gehört. Hat einer gefiffen? Kann man pfeifen? Nee, ich glaub, das macht er, wenn... Nee, das sind so viele... Das weißt du nicht. Wow. Bip. Scheiße, ey, wie find ich denn raus, wenn er da echten sind? Ich seh Peter gar nicht. Ja, du musst nur ein bisschen mal... dich anstrengen. Ich will den Peter fressen. Ich seh Peter. Es sind noch so viele Pilze, Alter. Ey, wer futzt denn hier? Pilze gefressen? Ja, er hat gepupst. Er hat gepupst. Wenn Peters Sanity weg ist, dann werden wir zu bösen Viechern und töten, Peter. Das ist richtig. Oh yes, da warte ich schon drauf. Und ich glaube, das wird der Fall sein, weil Peter kriegt ja gar nichts geschissen hier. Oh, Peter da. Nee, da bin ich nicht. Ach, Peter. Das war eigentlich so einfach. Nein, Peter. Wir sind aber auch assi. Ja, hier ist, glaub ich, einer. Oh mein Gott, da ist einer! Da fußt er sie einfach weg, der Bram. Jetzt ist aber schnell, Peter. Jetzt ist aber schnell. What the fuck? Moment. Ist er weg? What the fuck? Ja, der wird Bram hinterher. Der Gute, dass ich da neben Bram. Welcher von denen bist du? Der? Der ist bitter, aber nicht. Oh, jetzt hat er es nicht bekommen. Nein! Boah, das war gar nicht so einfach, dich zu verfolgen, Alter. Er ist jetzt am Fluss, der Peter. Der läuft zu dir rüber, Christian. Das ist gut, dass du das gesagt hast. Nee, ich hab dich aber gesehen, wie du gesprintet bist. Okay. Okay, dann sag ich das nicht an. Ich dachte, ich will mal wieder den Sipf. Hä? Du hast doch selber gesagt, dass du bei dem warst. Ja, aber ich bin doch weggelaufen. Alter, der Hunger. Was ist denn das für ein gefräßiges Scheißvieh? Das ist krass, ne? Du musst schnell und viel essen. Kannst aber auch rennen mit Schiffchen und wieder, wenn der nicht da ist. Ja, aber sobald der in der Nähe ist, hast du ja verloren. Hab ich genau gehört. Der muss sich ja auch in deine Richtung drehen. Also jetzt gerade könntest du, also... Achso. Ja gut, dann mach ich doch doch, Peter. Oh, Peter. Oh, da läuft doch was. Nee. Da seh ich doch was laufen. Peter hat keine Ahnung. So, dein Peter. Das macht mir ein bisschen Sorge. Mit nem, mit nem, mit nem Geweih? Ja, das bin ich. Hä? Du hast nen Geweih auch, find ich gut. Wie sagt Peter denn Geweih? Weiß nicht. Wird Peter für nen Geweih hat... Oh, da hinten hat sich ein... Er hat sich hingelegt. Wie kann man sich denn hinlegen? Das will ich auch können. Ich glaub, der ist gestorben, Sepp, indem er abgeschossen worden ist. Wie kann man sich denn hinlegen? Also es ist ganz einfach, wie man sich hinlegt. Du musst einfach nur zu Peter rennen. Da kannst du dich auch hinlegen. Hm. Ja, dein Sanity geht runter, ne? Ja, ich weiß. Ich hab Stress. Da, ich wusste es. Scheiße. Mann. Kacke. Du kleiner Wieser Ficker. Wollt er wegpupsen. Piep, 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 piep. Da hat das... Scheiße. Oh, Peter, das war das Falsche. Oh, Peter. Jetzt tüttet doch nicht die ganzen... Oh, Peter. ...unschuldigen. Oh, Peter. Oh, die Mucke wird ganz schlimm. Ja. Jetzt bei allen... Oder schon mal in Richtung von Hütte. Ja, aber es gibt mehrere Hütten und du weißt nicht, welche. Du kannst nicht Hüttencampen machen. Ach so, ja, okay. Nicht? Nee. Es gibt ja ganz viele Hütten. Musst du nicht langsam nochmal was essen? Wenn ich das bin? Ja! Du Ficker! Das war knapp, ey. Jetzt ist Jaden. Warum steht er da? Nee, ich hätte es verstanden. Ich bin am Schüssel. Ich bin am Schüssel. Das ist ja alles Aaron Jesus. Oh, Gott. Blub. Neu gespawnt, okay. Oh, Gott, okay. Den Druck hoch, weißt du, wenn die Aktion richtig geschafft wurden. Bist du eigentlich in Third Person oder ist das First Person als Jäger? First Person bist du als Jäger. Das ist gut, weil das heißt, wenn er mit dem Rücken zu dir steht, sieht er gar nicht, was hinterher passiert. Dann ist korrekt. Das ist sehr gut. Wo wird denn der released? Ich glaube, ist das immer unterschiedlich? Ich denke mal da, wo wir losgegangen sind, ne? Ich glaube schon. Rein, rein, rein. Ja, Bram, wer ist es? Da ist schon einer gefressen. Blüpp. Wer ist es? Da ist er. Boop, 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 boop. Was macht denn Boop, boop? Das ist die Kamera, die da aufstellt, oder? Ah, man kann richtig viele Kameras aufstellen, ne? Mhm. Also du kannst mit dem Radar mit Rechtsklick, siehst du sowohl diese... Fallen die, die der Jäger aufstellt, also den Jäger. Renten läuft er. Der ist ja hart am Strugglen. Das ist nicht so einfach, Bram, war? Das ist doch... Geht muss hier weg! Da rennt schon ein Hirsch weg. Nein! Ja! Hat er dich erwischt. Da war ich direkt Koki am Start, ey. Du willst doch Bram direkt hier die Scheiße reiten, oder nicht? Da war ich direkt Koki am Start. Ey, es gibt gar nicht so viele Hirsche, ey. Moment, so. Okay, wer von euch ist es? Wo ist da, der Mofo? Deine Mutti. Na? Hello again. Und wir sagen einfach nur Hello again. Da hat was gepiept. Oh, da hat er erwischt. Mit dem Essen, das dauert... Also, das funktioniert nicht so gut, wenn er aufrecht ist. Ne. Schade. Das war jetzt belastend. Yep. So, machen wir doch gerade den Zweite. Während ich da war, hat einer nebenan noch abgesnackt. Echt? Du? Oder du? Vielleicht der hier, natürlich noch einfach. Das ist gut, dass man so zugucken kann. Ah. Bram und Sanity ist schon hoch. Da müsst ihr jetzt richtig den Bram playen. Guck mal, hier wäre doch ein geiler Snack. Ich glaube, der wurde anders gesnackt. Problem ist, wenn du alleine bist, dann weißt du ja immer direkt, wo du bist. Dann weißt du ja immer direkt die Richtung, ja. Ah, das ist jetzt... Ah. Da war der Hunger zu groß. Peter, du hättest ihn bei den müssen. Ja, und dann... Irgendwie... What? Was? Halt. Ich glaube, vorhin, als ich da hinten stand, bei Sepp stand, habe ich auf der anderen Flusszeit jemanden snacken hören. Und da dachte ich, okay, gibt ja nur einen, der neben dem Pilz steht. Bei so viel Sanity kann man ja mal reinhauen. Oh mein Gott, Alter. Wenn er gesnackt hat, ist der Pilz doch weg. Okay. You are the hunter. Oh, ich bin, ich bin the hunter. Sepp ist the hunter. Oh nein, jetzt sehen wir einen, der verkackt. Hör mal. Wir müssen uns besser aufteilen, habe ich das Gefühl. Ja. Ja, ich glaube auch. Du musst richtig weit auseinander stehen. Kannst du ja irgendwann nicht mehr... Ich knall einfach alle ab. Das geht natürlich auch. Ihr seid direkt hier. So. Ah, zack. Ja, ich pflanze euch so viele geile Pilze hier rein. Komm, snack doch mal. Snack doch mal. Naja, ich weiß, du musst jetzt snacken. Hm. Ah, scheiße. Oh, musst du wirklich? Das kann nicht wahr sein. Oh, fuck. Wo bist du hin? Peter? Wo bist du hin? Bist du das jetzt? Scheiße! Ja. Habt ihr gehabt? Fuck, Alter. Peter, du Sau, ey. Was snacken die, ja? Diese Dias sehen so witzig aus, wenn die auf zwei Beinen laufen. Läuft die einer auf zwei Beinen? Nee. Nein, nee. Na, der hat doch hinter mir gegessen. Die Sau! Da, da, da ist er, da ist er, da ist er. Da, 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 da. Flieh! Ich flieh. Da, 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 da. Alter, man, das ist voll langsamer als Hunter. Er ist an die Hüsche, ist halt schnell. Okay, wer von denen bist du, hä? Scheiße, jetzt bist du wirklich abgehauen? Ja, ich versuch mein Bestes manchmal. Manchmal. Hate you. Du bist it. Komm. Ja, Luftdruck, gegen. Schon wieder hinter mir. Das ist schon wieder. Oh, 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 oh. Ich hasse euch. Man müsste auch als dir die Kameras zerstören können, finde ich, ey. Ja, finde ich auch. Schwieriger dann mal machen. Kacki machen ist nur zum Wegkommen, oder? Ja, ich glaube schon. Da war doch einer. Was habe ich gehört? Du bist am Arsch. Wo bist du? Ich war schon ziemlich am Arsch, weil du hast mir den Bogen schon ins Gesicht gedrückt. Oh mein Gott. Fuck you, Alter. Du stehst doch vor dem... Ist es hier ein Pilz im Busch? Ja, die ist voll random. Ich drehe hier, glaube ich. Ich drehe hier durch. Dun, 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 dun. Ja. Irgendjemand von euch ist hier. Musik wird irgendwann dann auch anstrengender, ne? Ja. Man. Dann wird man auch wirklich so passiv in Druck gejagt. Wo seid ihr denn hier? Man muss mal anfangen, auf Rehe zu schießen, Sam, glaube ich. Das ist richtig. Das wird er wohl machen müssen. Ich genieße mein Leben in der Hütte. Oh, ich habe es gesehen. Oh, oh. Jetzt aber schnell. Ich war ja nicht. Fuck me. Oh. Oh. Was? Der fällt hier hin und her geschickt. Der ist hin und her. Oh, die Sanity. Die Sanity. Oh, yeah. Die Sanity ist real. Nein, er ist nicht. Er ist nicht. Ich muss dich töten. Sorry, es tut mir leid. Du bist... Das kann nicht sein. Wieso bist du nicht weggerannt? Er hat es doch angekündigt. Ja, mein Gott, Alter. Ich habe durchgezogen, weil ich so viel Leben noch hatte. Er hat einfach random geschossen. Glück gehabt. Ja, aber du hättest trotzdem wegrennen können. Ja. Random würde ich das nicht nennen. Da sind noch zwei. Ich habe aber nicht mehr so viel Time. Du hast ja wieder Zeit erkauft durch Jay. Ja, aber... Ey, macht das schon. Beide sind hier. Okay, you motherfucker. Wo musst du hin? Gerne mal wissen, wie die Musik bei Zip jetzt ist. Fuck, ich sehe dich nicht. Oh, da ist die Zeit. Zalt rum. Oh, da kommt der Arsch. Ei, 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 ei. Oh, es wird lacht. Oh, es wird lacht. Oh, da kommen sie. Ey, er kamen. Piep wird. Boah. Alter, komplett ungewöhnlich. Ich bin einfach weggefängst. Alter, Vater, ey. Das war schwierig. Du hast, als du einmal Richtung Küste gegangen bist und meintest so, hey, hier, du, da hast wirklich genau in mir drin gestanden. Ja, das war geil. Durchzuschießen müssen. Aber generell. Ups. Aber da ist man sich, glaube ich, sehr unsicher manchmal. Ja, also du wirst halt auch hart gepaint. Oh, warte mal, die Maus ist viel zu schnell. Das ist jetzt ein Problem. Ja, du hast noch etwas. Ja, ich habe einfach mit dem Schneller Maus gespielt. Eins von drei hat man nicht unendlich Pfeile? Äh, doch, aber die Schöne, das ist drei zu schnell. Äh, doch, also es lehnt sich auf. Genau, die Lagen ist wieder auf. Ah, okay. Äh, Resume. Wo ist er denn? Ja, da haben wir spawnen, ne? Aber in welchem? Ja, wo wir waren. Wer ist denn so früh schon Pilz? Ja, passiert halt. Manchmal muss man halt rein. Ich weiß Christian direkt, wohin er hin muss. Wo seid ihr denn, ihr Hirschchen? Ah, Elu. Nur der Christian im Mond schaut zu. Gott. Okay, die Kamera hat gesehen. Wenn die kleinen Pilze... Oh, na. Das war natürlich der Falsche. Zwei bei einmal. What, Chris? Alter, was machst du? Oh, der hat das doch gesehen. Hm, vielleicht wurdest du auch gefindet. Jetzt ist der Druck natürlich ein bisschen da, ne? Alter, Christian, du bist auch am Arsch. Nee, nee. Okay, der Chris. Oh, scheiße, doch. Einfach im Baum verstecken, ey. Ja, einfach gar nichts essen, das stehenbleiben. Ich dachte, wir können doch mal probieren. Ja, die ganze Zeit... Aber knurrt doch der Magen. Der Magen knuttern ein bisschen, ja. Ja, Magen schmagen soll ich immer. Alter. Alter, willst du mich verarschen? Hast du Jay snackt vor meiner Nase einfach mit das Ding weg? Vor der Kamera. Vor der Kamera. Und dann springt er weg? Ich hab' immer selbst Ding weggesnackt. Was ist er denn? Und dieser Jay, ne? Den mag, also... Christian, hau' den mal weg. Das fand ich schon lustig. Er hatte Spaß. Ups. Hau' den mal weg. Wer spritet denn da wie so'n Wahnsinniger? Das ist für mich okay, wenn er stirbt. Was? Du hast einfach... Das war safe RG. Na komm mal, RG, Alter. Du hast da grad noch gegessen. 50-50. Ich hab' eine 50-50 Chance, weil ich hab' gesehen, wie du hingerannt bist. Das war 50-50. Ja, aber wenn er den falschen abgekillt, dann wäre er raus gewesen. Dann hätte ich den anderen... Nee, da wäre ich nicht raus gewesen. Da hätte ich wahrscheinlich noch ganz wenig gehabt und hätte den anderen auch erschossen. Na scheiße, ey. Na ja, gut, Karma, ne? Indem ich Zep da den Pilz vor der Nase weg gesnackt hab. Alter, das war richtig unangenehm. Keine Kameras mehr, das ist ein bisschen doof. Das muss die anderen wieder aufnehmen. Irgendwann sind die... Ja, aber da muss ich erst dahin sein. Da muss er wieder zurücklaufen. Ja, ich wollte nur sagen, das hat Gerd. Jetzt aber schnell. Das sieht immer gut aus, ey. Ähm. Hast du grad nen Pilz gegessen? Ach, keine Ahnung, ich muss schießen. Oh, oh, oh! Oh, ich war auf deiner Seite! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Ah! Oh, 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 oh! Was ist los, er nicht mal wegzurennen? Ist ja diese... Ja doch, da war ein Baum. Ja, die ist gut, glaub ich, die Cabin! Ach so! Jetzt müsste ich Hunter sein, ey. Oh, jetzt jetzt beide... Okay, das war lustig. Ich bin bei soweit immer so unruhig, ey. You are your Hunter. Mann, nein, Jays Hunter. Ey, geht halt nach der... Das ist nicht Zufall, das ist einfach dann irgendeine Reihenfolge. Bitte! Answer? Hm. I don't believe. Kommt wenigstens keiner mir meine Pilze snacken. Alter, ich bestärk ja für den nächsten Hirsch. Das wäre eigentlich mega gerne. Reproduziert man sich damit. Man muss ja nur Schiff drunziehen, doch. Oh, Jays hat voll die Technik, glaub ich. Jays hat eine Technik, Sam. Au, er croucht? Nee, du kannst ja mit Rechtsklick das Radar machen. Der rennt hier schon rum? Nee, also eher hier, Mr. Fantastic. Ja, Jays, so läuft das hier. Boah, Jays wird ja schon hart verarscht, glaub ich. Au. Und so, Jays, also wir snacken einfach um den Jays. Hier scheiß man nur. Alter, wir machen ja nicht so verarscht. Alter, wir machen ja mal Fliegen und Rennen und so. Alter, ich bin so schnell, ich komm gar nicht hinterher. Ja, das hoffe ich doch mal. Ich glaube, wir sind einfach fünf. Oh, jetzt aber schnell. Da ist immer noch die enge Verfolgung. Nicht, wird er verfolgt? Nee, Junge! Du musst nirgeln. Wo ist er jetzt? Ich hab mich verloren! Es gibt keine enge Verfolgung mehr. Doch? Okay. Ich sollte Jays verwirren. Oh, der schießt aber auch viel daneben. Was tut er da? Oh, endlich! Das war unangenehm, ey. Tada! Hat reingeschissen. Hat auf jeden Fall gut Zeit gekostet. Ja. Oh, das ist schlecht. Da hat man den Angst-Poops. Das Gute ist, dass Jays an einem auch vorher selber vorbeiläuft. Ist mir scheißegal. Ich hab ja einen anderen, den ich da versuche zu jagen. Ja, weiß ich nicht, ob du einen anderen hast. Da ist das. Du musst nicht carry'n. Ich weiß gar nicht, wo du bist. Ja, ist mir egal. Am Leben. Da muss man mal erst mal kämpfen. Das war ein Zehn-Vor-Zehn-Woof, muss ich aber sagen. Das ist ein Zehn-Vor-Woof, weil wir erst nebenbleiben. Also ich kann sagen, als Sucher aus eigener Erfahrung hinter so einem Häuschen stehenbleiben ist echt auf. Oh, was ist denn Jays jetzt? Oh, da ganz hinten. Oh nein, als ob du das mitbekommen hast. Nein. Wow. Krass. Okay. What the fuck? Der war nice. Okay, was ist denn jetzt los mit dem Typen? Ich hab die ganze Zeit mit euch gespielt. Das ist der easy game. Ich hab mit dir gespielt. Ich hab's getan, als wenn ich mit dir spielen würde. So, ist. Du musst das jetzt machen. Ich hab rubberbanding. Aber richtiges. Ja, ein bisschen hat man. Was ist denn rubberbanding? Also das. Was du gegen Obstaclesläufe. Alter, Jays wieder voll on the row. Ja, ins Arschloch. Alter, komm. Oh, die Sanity geht immer weiter runter. Keine Ahnung, was da los ist. Das ist ja insane. Meinst du, der muss mal langsam essen? Das ist ja insane, Alter. Hat er nicht gesehen. Hat er nicht gesehen. Hat er nicht gesehen. Warum auch? Du kannst einfach insane weglaufen, als letzter. Ich seh ihn nicht. Du musst ihn ja auch nicht sehen. Das ist gelogen, bestimmt. Das war die Lügenstimme von J. Naja, ich seh ihn nicht. Genau zu brauchen gerade. Oh, oh. Oh. Wow. Scheiße. Nein, Bram, du musst es doch noch mal kischen. Easy Snacks. Das war ja so easy. Das war oh dear. Jetzt war jeder mal Hunter. Das war aber witzig. Das war witzig. Ja. Ein schönes Versteckspiel für zwischendurch. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Vielen Dank fürs Einschalten. Bis dahin. Haut rein. Tschüss. 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 Tschüss.